. . . . . . . . Gezack! Geh, pass doch auf! Die Säckling sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. . 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 Das haltet er sowieso nicht lang durch. Wo gehst du denn hin? Händln aus den Steuern lassen. Und wo hast du die Oma? Sag nicht Oma zu mir, ich bin nicht deine Oma. Oma, du brauchst aufwäsen, sonst gibt's kein Kompott. Jetzt haben sie schon wieder bei uns angerufen. Was haust du dir denn an? Ein kleiner Ausflug. Ich werde aber eine Runde dran dürfen. Ein kleiner Ausflug. In der Nacht hatte ich die Polizei auf einer Parkbank aufgerufen. Da hast du geschlafen. Weil mir gewesen sei. Du warst verwirrt, hat die Polizei gesagt. Du warst auch verwirrt, wenn ich die Polizei aus dem besten Schlaf rauskomme. Ich weiß nicht, warum ich das getan hab. Ich weiß nicht. Schau kurz, ich mag dich nicht mehr. Ich mag dich schon lange nicht mehr. Und du magst mich auch nicht mehr. Es ist nur Pflicht. Pflichterfüllung. Mann, Frau, Ehe, Kinder. Jetzt einmal hab ich überlegt, was du eigentlich für Augenfarbe hast. Ich hab's nicht mehr gewusst. Ich hab's nicht mehr gewusst. Ich hab's nicht mehr gewusst. Du bist zum Kühlschrank gegangen, dein Bier rausgeholt. Hast dich aufs Sofa gesetzt und aufs Abendessen gewartet. Und alles abgeladen auf mich. Jeden Ärger von dir hab ich bissen müssen. Dreimal die Woche dahin. Bowling, Sauna, saufen. Und ich damals hab mich gefragt, ob ich vielleicht auch mitgehen möchte. Und geschlafen mit mir nur, wenn du besoffen wärst. Wo bin ich denn? Im neuen Haus bin ich. Im neuen Haus. Ja, weil ich auf die frisch betonierte Autobahn ein Mist gestreut hab, was mich angezeigt hat. 800 Meter Autobahnen waren ruiniert. Da haben sie geschaut, wie der Mist nicht mehr aus dem frischen Beton rausgegangen ist. Das war ein Hetz. Ja, aber das hat ja noch nicht gereicht. Bei der feierlichen Eröffnung vom neuen Autobahnabschnitt bist du dem Landeshauptmann und dem Minister entgegenmarschiert und hast Wurzel gesaert auf der Autobahn. Und dann hast du ja noch den Minister beleidigen müssen. Ja, wie gesagt, da schaust du blöd. Was? Was schaust du eh wie alle wei? Ja! 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 Ja!